freunde und freundinnen es ist ewigkeiten her zunächst einmal wünsche ich euch ein wundervolles neues jahr 2021 möge es besser sein möge es ein ticken normaler sein möge es einfach so sein wie wir uns das alle wünschen und vorstellen es geht weiter mit clever clausi teil 5 ich habe mich dazu entschieden meine alte reihe wieder aufzugreifen jetzt habe ich eine einigermaßen vernünftige kamera habe lust und motivation und es wird noch cleverer noch besser noch lustiger naja zumindest hoffentlich in diesem sinne habe ich euch heute ein paar fakten mitgebracht die entweder interessant sind oder einige würden sagen ziemlich unnütz aber das könnt ihr selber entscheiden also viel spaß mit den facts fangen wir an würde ein baby jedes jahr im selben tempo weiter wachsen wie in seinem ersten lebensjahr wäre es an seinem 18 geburtstag ungefähr fünf meter groß das tödlichste tier der welt ist die stechmücke moskitos töteten das schon ein bisschen her 2014 unter anderem durch die übertragung von malaria und denkfieberinfektionen 275 tausend menschen heihe töteten im selben jahr nur zehn menschen also die haigefahr ist gar nicht so extrem wie die meisten leute vermuten würden die royals haben einige merkwürdige regeln zu befolgen unter anderem ist es den mitgliedern des britischen königshauses nicht erlaubt monopoly zu spielen da das spiel zu viel potenzial für streit birgt wer hätte das gedacht der planet uranus hieß ungefähr 70 jahre lang george sein entdecker wilhelm herschel gab ihm 1781 zu ehren königs george des dritten den namen georgium sidus georgisch stern erst in den 1850ern wurde der name offiziell in uranus geändert wenn man drei minuten zähne putzt verbrennt man durchschnittlich zehn kalorien vombats machen ihre häuschen in würfelform die amerikanischen synchronsprecher von mini und mickey mouse rusty taylor und wayne allwine waren verheiratet von 1929 bis 1946 synchronisierte walt disney seine berühmten mäuse übrigens noch selbst weil eben kein synchronsprecher zusagte und elf prozent der deutschen tragen den nachnamen müller mit der mine eines durchschnittlichen durchschnittlichen bleistift kann man eine 56 kilometer lange linie zeichnen also durchaus ein ganz schöner spurt mit dem bleistift koalas bekommen schluck auf wenn sie gestresst sind manchmal beginnen sie dann sogar zusätzlich nervös mit den ohren zu wackeln warum sie das tun ist bisher nicht erforscht otter legen sich zum schlafen auf den rücken und halten dabei händchen damit sorgen sie dafür dass sie im wasser nicht voneinander weg treiben es leben mehr bakterien in deinem körper circa 39 billionen als menschen auf der erde circa 7,6 milliarden wobei inzwischen sind wir ja bei ungefähr acht milliarden soweit ich weiß hippopotamonstroses quepedaliophobie ist der offizielle name für die angst vor langen wörtern mit beeindruckenden 161,5 metern besitzt das ulmer münster den höchsten kirchturm der welt der griechische dichter echelos soll den überlieferungen zufolge 455 vor christi zu tode gekommen sein indem ihnen eine schildkröte die einen greifvogel fallen ließ erschlug das missgeschick kam wohl zustande weil der vogel die glatze des dichters mit einem stein verwechselte den er nutzen wollte um den panzer des tieres zu knacken jetzt ganz interessant rund 75.000 regenschirme werden jedes jahr in der londoner u-bahn liegen gelassen ein lustiges gesetz in der amerikanischen stadt daytona ist es verboten mülltonnen sexuell zu belästigen also freunde lasst eure finger von mülltonnen unsere ohren und nasen hören nie auf zu wachsen ich glaube der fakt ist einigen bekannt faultiere brauchen bis zu einem monat um ihr essen zu verdauen sommerloch katzenhirn und langweiler sind orte in deutschland die könnt ihr ja mal besuchen bei gelegenheit jeder sechste deutsche arzt der inneren medizin wurde schon mindestens einmal von einem patienten verprügelt schottlands wappentier ist ein einhorn der japanische spiele konsolenhersteller nintendo existiert bereits seit 1889 übrigens auch eine sehr beliebte christell frage das krümel monster heißt eigentlich sit bluetooth wurde nach einem dänischen wikinger könig namens harald blauzahn benannt nimmt man die jeweiligen anfangs buchstaben der monate juli bis november zusammen ergibt sich der name jason oder jason täglich verliert jeder mensch bis zu 200 haare ganz schön haarsträubend schweine dürfen in frankreich nicht napoleon genannt werden und der letzte fakt für heute 2011 entschied sich ein israelisches elternpaar dazu seine neugeborene tochter like oder wahrscheinlich lique zu nennen nach dem allseits bekannten facebook button das liebe freund und freundinnen war der fünfte teil von clever clausie ich hoffe die facts haben euch ein bisschen spaß bereitet mir jetzt viel spaß bereitet wie man gemerkt hat auch beim vorlesen in diesem sinne hoffe ich diesmal nicht so lange warten zu lassen bis zur nächsten folge bis zur sechsten episode bis dahin bleibt clever genießt den anfang ins neue jahr macht es gut euer clever clausi ciao